Willkommen zurück zu... Die Zeit ist unser Feind. Wir müssen uns beeilen. Ja, das sieht schon nach dem Ende aus. Laut der Kartenformation geht es da hinten entweder in den Gang weiter oder da hört es auf. Sag mal, würdest du dich mal treffen lassen? Hallo? Geht doch. Schön treffen, Tritz. Also habe ich das nicht gemeint. Du musst den natürlich treffen. Komm her, komm her, komm her, sei brav, sei brav. Gut. Nettes Vieh. Nettes, bösartiges Vieh. So. Ach. Ei, ei, ei. Gott, das ist aber natürlich eine Konzentration. Ah. Ich hasse, dass du, wenn die eingefroren werden. Da kommst du einfach so leicht aus dem Rhythmus. Das ist so. Äh. Das ist... Oh. Jetzt, jetzt tritt. Tod, töte ihn. 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 Mach ihn alle. Hallo? Okay. Du, 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 da. Genau. Du, ja, du. Du, 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 du. Okay, du. Wir sehen uns, du. Nein. Ja, schieß den Durchhinden durch. Das war meine Absicht. Wir müssen vor allem auch diese Mana-Träg rausschmeißen. Das Zeug regeneriert sich so schnell. Wauw. 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 Keine Weile dauern. Ne, 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 ne. Du bleibst jetzt hier und stirbst. Gott. Also, das sind so ekelhafte Gegner. Ich glaube, gegen die bist du nur mit Krieger erfolgreich. Oder du tötest dich so schnell mit einem Zauber. Dass du gar nicht sehen kannst. Aber da hinten geht es ja noch ein riesiges Stückchen weiter. Ich dachte, da wäre ja schon Ende. Na, habe ich mir falsch gedacht. Mein Gott. Stell dich nicht so an. Wauw. 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 Bloß nicht aus dem Rest muss voll. Jetzt habe ich es nämlich schon schlau zu voll. Danke. Oh, ich sollte zurückgehen. Ich gehe lieber speichern. Nein. Ha, 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 ha. Ho, 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 ho. Aua. Stirb. Vielleicht sollte ich ein bisschen aggressiver handeln. Hä? Hä, wo bin ich denn? Hä? Wo ist der Speicherpunkt? Auf der, wow. Sind wir so weit vorwärts gekommen? Oh, ho, 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 mein Freund. Ja, stirb. Ich mach dich jetzt alle. Wow. Ruhig bleiben, Digga. Komm, geh unter die Erde. Spiel, toter Mann. Hü, 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 danke. Oh, jetzt ist dein Ende. Jetzt ist dein Ende. Oh, ich hasse das. Man könnte sie so schön bearbeiten, würden sie nicht so viel Schaden machen, dass du beinahe umfällst. Kann man sie so schön bearbeiten. Also, die fallen hier auch anscheinend schnell um, wenn man da ordentlich draufhaut. Aber die machen so viel Schaden mit einem Bissen. Also, wenn sie mal treffen, dann auch mal richtig. Mal machen sie immer so ganz, ganz klein ein bisschen und dann, puf, ist das halbe Leben weg. Das ist, das ist, das ist nicht so schön, ey. Das sind keine schönen Gegner. Und da hinten geht es auch noch ein riesiges Stückchen weiter. Das ist nicht der Ende. Oh, meine Erinnerung war hier doch irgendwo ein Speicherpunkt mehr. Irgendwo hier oben in der Ecke. Ja, da ist es doch. Da gehen wir dran. Und da ist anscheinend der Weg zum Inneren. Aber wir nehmen doch diese Viecher mit, wie ätzend die auch sein mögen. Die geben so viel Erfahrung. Ich glaube, so viel Erfahrung werden wir in der nächsten Zeit nicht mehr finden. Juhu. Oh, Junge. Mein Schicksal ist so jetzt schon wieder besiegelt. Also. Komm, geh unter die Erde. 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 Danke. Zack, 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 zack. Da, 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 da. Und er ist jetzt wahrscheinlich tot, wenn er hochkommt. Huch. Gott. Sei tot. Nein. Verdammt. Du kannst doch nicht mehr. Oh. Oh, verdammt. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Der kommt ein zweiter hinterher. Ach, Mann. Oh, der war doch hier irgendwo. Na, komm mal ein bisschen, komm mal ein bisschen hoch. Ja, die treffe ich so nicht. So, einfach ordentlich drauf hauen. Ach. Ne, das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Oh, das brauchst du ewig lang, bis man so viel tot kriegt. Das ist so grauenhaft. So, ich muss hier runter und dann kommt hochgerannt. Ich gehe jetzt bis ins Fetzland, damit er mich schön verfolgen kann. Ja. Da sieht er mich wahrscheinlich nicht. So, komm hoch. Oh, Mann. Die sind so ätzend und langweilig. Die sind einfach saustark und... Man kann sich nicht so schön bearbeiten. Also mit Dritts macht es weniger Spaß. Ah, ne. Ne. Du bleibst jetzt hier, mein Freund. Ja, komm wieder hoch. Ne, 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 ne. Das wirst du jetzt auch ehrenhaft zu Ende bringen, du blödes Vieh. Ne, das und nichts und jenes und das hier und das und das und das und das. So, gut. Tod. Sein, ja, braves. Braves Monster. Ah. Ai, ai, ai. Es ist ein gruseliger Ort, der Sumpf. Ich gebe es ehrlich zu. Warte mal, die Musik, ey. Es ist so ein gruselig, der Ort. Wo war denn das zweite Vieh? War doch hier irgendwo, oder? Ne, das war das zweite Vieh. Wo ist das erste Vieh? Da. Wow. Och, jetzt geht das Bär los hier, ne. Wah, 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 wah. Eins. Schlai. Schlagen. Eins. 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 Schlagen. Schlagen. Ah, ist mich rausgekommen. Eins. Schlagen. Nein. Aha. Du bleibst unten. Na, oben. Komm hoch. Ich will dich töten. Also, ich glaube nicht, dass man die Frauen kriegt, wenn der unter der Erde ist. Da muss schon hochkommen. Und tot. Aha. Okay. So, wir... sind natürlich so ein riesiges Stückchen noch mehr. Das ist... Äh. Das ist so viel. Wow. Oh, das geht immer so ewig weiter. Wer hat diese Viecher bloß entworfen? Ah, ich glaube jetzt. Hä? Okay. Jetzt habe ich dich. Jetzt habe ich dich. So, mit zwei Kritser. Der ist... Der ist jetzt tot. Der ist jetzt tot. Wenn nicht, dann bist du jetzt tot. Gut. Sehr nett. Oh, die sind aber hier so richtig eklige Gegner. Aha. Gott. Ach, wer hat die bloß entworfen? Der sollte sich verschämen. Na gut. Juhu. Noch mehr abnormale blöde Biester. Die Bock haben, aus dem Boden rauszusprießen. Da bist du ja. Haha. Der hat jetzt gesessen. Komm her. Ah. Äh. Sorry, wenn ich nicht so viel reden tue, aber... Es erfordert schon eine gewisse Konzentration, sie zu schlagen. Mit einer ordentlichen Frequenz. Er kommt... Triff, triff doch. Danke. Oh, nee. Ja. Sei tot. Nein. Verdammt. Geh weg. Yes. Ja, das war alles geplant. Mann, ich treffe dich nicht. Junge. Was machst du da? Ich kann dich so nicht... Jetzt kann ich... Los, los, dritts. Krieg ich eigentlich genau. Fliege, geh weg. Ich mag dich nicht. Gut. Der ist auch weg. Yes. Nicht schlecht. Oh, Gott. Oh, du dumme Fliege. Geht aus meinem Zimmer raus. Mann. Ich mag... Ich hab das letzte Part schon mal erwähnt. Hier ist eine Fliege in meinem Raum. Wie ist so doof, den Ausgang zu finden? Die Tür ist weit offen. Die Fenster sind offen. Und der findet den Ausgang nicht. Oh, yeah. Dass ich das zum ersten Mal höre. Der Flügel war keine magische Energie mehr. Au. Oh, Junge. Ich übertreib's noch nicht. Aber ich mag jetzt nicht, wie er aus seiner Stressfrequenz rauskommt. Na, jetzt warten wir lieber. Dazu kein Sinn. Geh weg, Fliege. So. So, bist du jetzt tot? Wehe, da kommt jetzt ein zweiter von irgendeiner Ecke raus. So. Oh, ich glaub's halt. Der hat uns beinahe gekillt. Oh, Junge. Mach's das mir aber auch nicht leicht. Gut. Ich hoffe, da sind noch höchstens zwei Stück von den Viechern. Denn die haben's echt in sich. Aber wir haben auch auf jeden Fall Respekt. Kann man dann sagen, wir haben den ganzen Sumpf gesäubert. Den ganzen verrottenden Sumpf. Der könnte noch zwei, drei Viecher sein, aber die werden wir in dem Parten natürlich noch töten, hoffentlich. Ungefähr so, zack, zack. Nein. Oh, wie ich fliege es raus. Toll. Das ist so schön. Man. Kommt, jetzt schaffen wir noch. Dritt, du hast gegen alles mögliche gekämpft Du hast gegen Eisdrachen Das habe ich, glaube ich, letztes und vorletzte Part mal gesagt Eisdrachen, kein Problem Da lassen wir uns doch nicht von sowas bekämpfen und besiegen Ne, ich riskiere es nicht Komm, geh in die Erde und spiel toter Mann 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 Mein Freund Ja, okay Na, mach mir ein bisschen Smalltalk mit dir Na, wie heißen du eigentlich Wow, wow So heißt du eigentlich Nette Bekanntschaft zu machen Wow, wow Na, wollen wir uns mal auf den Tee treffen Sag mal wieder Bescheid, wenn du wiederkommst, ne Dann trinken wir zusammen einen Oder Bier Ja, wir trinken Bier Ah, ein bisschen mehr da So schnell Wow Nein, das gibt's doch nicht Ach, du verkacktes Vieh Stirb Stirb Ja, gut Kaufen wir halt ein paar Tränke nach Ist auch nicht schlimm Ach, du verkacktes Vieh Also ich bin so geizig mit Tränken Das ist immer so Ist immer so ein Spiel Ich bin so geizig mit Tränken Weil vielleicht benötigt man die alle irgendwann Ja, Mann Das sind wahrscheinlich nur noch zwei Viecher hier So Jump 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 Und abwehren So, wir werden jetzt auch nicht draufhauen Ja, das hat ja super geklappt Und ordentlich draufhauen Na, 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 na Jetzt wirst du hier bleiben und sterben Dafür, dass du mich zweimal getötet hast Das ist wahrscheinlich nur ein Vieh da oben Oder zwei, wenn ich Pesche habe Guter Junge Braver Junge Oh, ich habe echt kein Mitleid mit denen Ey, das sind einfach so ätzende Gegner Ich mag keine Gegner, die einfach so eine bestimmte Schlagfrequenz haben Die sind einfach zu berechenbar Und der hat so eine hohe Frequenz Da müsst du wirklich Taktgenau aufpassen, wie du schlägst Ansonsten wirst du immer irgendwie getroffen von den Tieren So, der eine war hier oben Ne, den habe ich ja schon Ah, der ist ja schon tot So, war hier oben noch einer? Juhu Yes Das war's Du bist der Letzte Der Letzte Überlebende Jetzt habe ich dich Ach, von dem lasse ich mir gerne Zeit Du bist der Letzte Der Letzte Tannenzapfen Du wirst heute sterben So war ich hier denken Ja, für, weißt du was? Du bist nur Jetzt bist du nämlich tot Yes Gut eingefroren, tritts So, komm hoch und dein Ende ist besiegelt Ist besiedelt Ne, besiegelt Weil das ja total richtig ist oder so Ja, Gott Sonst so irgendjemand Äh, jemand hier Der mir irgendwas Das war ein Witz Ich hab das noch nicht mal wörtlich gemeint Oh, ich verschwende lieber die Tränke Oh, Junge Wieso musst du bloß so viel Schaden machen? Komm Hier hast du's bald Jetzt, jetzt bist du auch tot Ich frag jetzt nicht nochmal nach, ob jetzt hier noch einer ist Das ist nicht sehr schlau Komm hoch Gut Na, ich frag doch mal nach Ist hier noch irgendeiner, der was zu sagen hat Irgendeiner, der mit mir spielen will Nein Gut Da haben wir alle weggeräumt Da sind alle Viecher weg Juhu Feiern wir Wir haben's geschafft Wir haben alle Tiere hier erschlagen An diesem verrottenen Sumpf Alle Zombies Und alle Tatenzapfen Wo uns da Ich nimm's zurück Ich hoffe, der ist ein bisschen langsamer Wow Ich nimm's zurück Ich will's gar nicht wissen Hier ist Wow Oh, der ist mal riesig Der gibt bestimmt massig Erfahrung Gott sei Dank ist das so lahm Nein Nein, 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 nein Komm hoch Nein, 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 nein Jetzt, jetzt kommt's auch gefälligst hoch in den Kampf Wow Nein, die Zeit ist noch nicht und wo ist meine Uhr? Das Ding ist saugeil. Das greift ich dir. Wow. Oh, oh. Ich habe keine Heilträcke mehr. Ah, einfach die Schlagfrequenz anpassen. Wow, schlagen, wow, schlagen. Wow, wow, wow. Ja, genau unter die Erde, macht mir nix aus. Ich kann nicht damit schön bearbeiten. Okay, jetzt kannst du wieder hochkommen. Oh, der gibt bestimmt massige Erfahrung. Also, wenn das der letzte ist, ist das ein perfekter Abschluss für ein paar... Wo ist meine Erfahrung? Oh, komm. Oh, das ist mal... Das war jetzt... Der war jetzt fett. Den würde ich mir jetzt noch einen Zwischenboss bezeichnen. Das war jetzt cool. Ich hoffe, der Part hat... Nö, nee, warte, man ist so abrupt. Ähm, ich würde mal sagen, was war es für diesen Part? Gebt ein Like oder Kommentar, falls es euch gefallen hat, wie ich den Rest hier bearbeitet habe in den Sumpf. Ansonsten sehen wir uns das nächste Mal wieder bei Baldur's Gate Dark Alliance. Ade.